Kaliningrad Domizil analysiert Meldungen russischer, föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland. 4.980 Erkrankungsfälle wurden in Russland für den Berichtstag registriert. Dem stehen 2.599 Genesungen gegenüber. 166.251 Aktivfälle verbleiben noch zur Behandlung in den medizinischen Einrichtungen. 17.093 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 68 Patienten starben am Berichtstag. 36,4 Millionen Virusteste wurden durchgeführt. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 25%. 22 Erkrankungsfälle wurden im Kaliningrader Gebiet am Berichtstag registriert. Dem stehen 0 Genesungen gegenüber. Am Berichtstag meldet das Regionale Informationszentrum keinen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 67 die Sterbefälle zu beklagen.